Beim Satechi Magnetic 3in1 Wireless Charging Stand handelt es sich um eine MagSafe-Ladestation für das Apple-Ökosystem. Insgesamt stehen drei Ladeflächen zur Verfügung. Das Apple iPhone kann mit 7,5 Watt geladen werden. Die Ladestation muss nicht mit einem eigenen Apple Watch-Ladekabel bestückt werden, da bereits ein Charger für die Smartwatch vorhanden ist. Der magnetische Ladeplatz lädt die Apple Watch mit 2,5 Watt. Die AirPods Pro erhalten doppelt so viel. Der QI-Ladeplatz versorgt Geräte mit 5 Watt. Die Ladestation wiegt 360 Gramm. Das iPhone wird magnetisch auf seinem Ladeplatz gehalten. Das Smartphone kann wahlweise im Quer- oder Hochformat auf der Ladestation platziert werden. Verwendet man den Charging Stand auf dem Schreibtisch, kann man das Handy durch die Halterung in der Luft noch für YouTube-Filme oder Videocalls verwenden. Wird das iPhone mit einer Hülle verwendet, sollte diese MagSafe unterstützen. Wahlweise können auch Magnetaufkleber im Inneren angebracht werden. Auf der Front der Ladestation sind zwei LEDs angebracht. Über diese werden die aktuellen Ladevorgänge visualisiert. Satechi hat sich für eine angenehme Leuchtkraft bei der Anzeige des Ladevorgangs entschieden. Sollte die Ladestation auf dem Nachttisch aufgebaut werden, wird die LED-Helligkeit in der Regel nicht als störend wahrgenommen. Zum Laden der Apple Watch ist kein extra Ladegerät notwendig. Die Station verfügt bereits über eine entsprechende Ladefläche. Wer zu Hause nur einen Ladeplatz für die Apple Watch benötigt, kann das Apple-eigene Ladegerät voran im Auto oder der Tasche mitführen. Die Smartwatch aus dem Hause Apple hält fest an der magnetischen Ladefläche. Der Apple Watch Adapter kann aus der Ladestation entnommen werden. Hat man vergessen, die Uhr aufzuladen? Reicht vor dem Verlassen des Hauses Eingriff zur Ladestation, um das USB-C-Ladegerät mitzunehmen. Hat man den Adapter entnommen, ist folglich ein USB-C-Port an der Ladestation frei geworden. Die Apple Watch kann folglich nachfolgend unterwegs, beispielsweise am MacBook, geladen werden. Wer noch keine Apple Watch besitzt, diese aber anschaffen möchte, kann den Adapter entfernen und stattdessen ein entsprechendes Kabel in den USB-Port stecken. Über jenen können Kopfhörer oder andere Gadgets, die noch nicht kabellos geladen werden können, mit Strom versorgt werden. Zwar wird die schicke Optik der Ladestation auf diese Weise reduziert, das kabellose Design kann aber jederzeit wiederhergestellt werden. Die Ladestation eignet sich für den Schreibtisch und den Nachttisch. In beiden Fällen werden Kabel vermieden. Mithilfe der kabellosen Charging Station kann die generelle Anzahl an Kabeln am Arbeitsplatz reduziert werden. Wer sonst ein Ladegerät mit drei abgehenden Kabeln verwendet, sieht beim ersten Einsatz der Ladestation einen deutlichen Unterschied auf dem Schreibtisch. Der Hersteller wirbt damit, dass bei einer 3-in-1-Dockingstation alle Geräte an einem Platz geladen werden können. Wer regelmäßig beispielsweise seine AirPods verlegt, wird diesen Umstand durchaus wertschätzen. Für den Satechi Magnetic 3-in-1 Wireless Charging Stand ist ein optionales Netzteil nötig. Der Hersteller gibt an, dass für die zuverlässige Stromversorgung bereits ein 20 Watt USB-C Ladegerät ausreicht. Ein passendes USB-C Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Das Kabel ist ein Meter lang und kann beispielsweise hinter einer Kommode angebracht werden. Mein Name ist Sarah Elisa Ole für die Nerdbench. Der Hersteller ist einig. Vielen Dank.